Es fängt schon an. Es fängt schon an. Mayday. Mayday. Wir stürzen jetzt schon ab. Eroberung. Kampagne. Okay, moin und herzlich willkommen hier zu Projekt Wingman. Schnallen Sie sich an. Ich bin Ihr Pilot. Wir spielen auf normal. Ich bin am schüsseln. Mikrofontest. Test, 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 test. Eigentlich könnte ich jetzt noch ein Dingsen anmachen. So ein Pilotenfilter, oder? Warte mal, so ein Pilotenfilter. Moment. Ich weiß nicht, ob das witzig ist. Moment. Hallo, Adolf. Ich weiß nicht, ob das witzig ist. Hallo? Nee. Okay, der Pilot ist ja mal für den Arsch. Okay, weiß ich nicht. Gibt es nicht. Der Pilot? Nee, lassen wir weg. Lasen wir weg. Schmutz. Eliminäre, frei Beuter, sichere das Frechdingsen-Gedöns. Ja, 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 blabla. Mission Schaden, einfach rein in die Olga. Rein in das Schwein. So, welchen nennen wir denn? Der sieht gut aus. Waffen. Teuschkörper und so. Farbschema kann man auch noch ändern. Okay, ich mach hier mal gar nichts. Wir nehmen den noch ein gutes. Action. Space. Dingsen-Gedöns. Start. Also, das wird auch nur ein Angehoppelt sein, ne? Also, wäre ja jetzt nicht so der, äh, Pilot. Und das Schwein sitzt hinter mir, okay? Oh, okay. Uh. Okay, gerne mal mit dem Controller spielen. Okay, jetzt aber... Aber... So, leicht neigen. Da ist unser Buddy, oder was? Müssen wir da hin? Zum Buddy? Hui! Da fliegt einer vorbei. Okay, wie kann er nicht Gas geben? Okay, da ist unser Maschinengewehr. Hier ist unsere Karte. Da ist unsere Rakete. Das ist... Ah, okay. Viel zerstört. Sehr gut. Drehe ab. Juhu! Ich kann noch mehr Gas geben. Schließlich sind wir ein Jedi, aber das war richtig Powergame hier. Und das ist links und rechts schwenken. Okay. Richtig Powergame hier. Die G-Kräfte müssen in meinen Stuhl reinpressen. Nächstes Ziel kommt gleich. Uh, ich bin aber schon ziemlich niedrig, ne? Höhe, 130 Meter nur noch. Eine Rakete wird reichen, ne? Zieh hoch den Vogel. Uh. Gibt's noch... So, hier haben wir unser nächstes Ziel irgendwo. Warte mal. Warte mal. Ich hätte gerne so eine Außenansicht. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ah, für die Fans. Ah, für die Fans. Das war auch wirklich... Also, ich konnte die Fische schon grüßen. Wo ist denn? Wo ist denn unser Ziel? Mal da. Aber in den Gangvisier, ne? Fahrzeug bestätigt. Das war für die Fans. Ich zieh mal hoch den Vogel. So, wir sind auf 10.000 Meter Höhe. Reisegeschwindigkeit. Ach. Das ist die Reise. Reise-Dings. So, hier sind unsere Ziele, ne? Anvisieren. Feuer. Anvisieren. Feuer. Hochdrehen den Vogel. Einmal für die Fansen. Oh, shit. Ich muss hoch. Komm mal, ich mach jetzt hier... Oder vielleicht mach ich das doch nicht. Warte mal. Kann man das machen? Nicht so... Nicht zu hoch. Äh, nicht zu tief. So. Auf 50 Meter Entfernung? 40? Also, da waren auch nicht auf 0, meine Damen und Herren. Da waren auch nicht auf 0. Ich hatte noch 12 Meter. So. Aber ich wollte gucken, was passiert. Okay, neuer Versuch. Jetzt weiß ich auch, wie es geht. Das war ja zum Warmwerden. Äh, zum Nasswerden. Haha. Ich bin bereit. Am besten ein bisschen auf Höhe, so. Bisschen Höhe. So, mit dem Ding müssen wir anvisieren. Vielleicht auch nicht so schnell. Also, erstmal volle Pulle dahin. Wir müssen da ja erstmal hin. Erstmal richtig Gas geben. Richtig Gas geben. Wie schnell können wir? 700? 800 gleich. Wir sind jetzt gleich bei... Bei 9000. Äh, 9000 eigentlich schon. Bei 900. Das war ja auch mal wieder ein bisschen hoch dem Vogel machen. So. Am Visieren. Jawoll. Jawoll. Äh, schön hier. Okay. Das kann man wirklich nur machen, wenn man hoch ist, anscheinend. Was passiert, wenn ich ganz hoch in die Gewitterwolke rein? Hui. Uh, schön. Ih, sogar nass. Oho. 15.000 Fuß sind wir. Das ist die Sonne. Wir müssen die Aussicht genießen. Okay, ab zum Ziel. Die Landschaft können wir gleich noch genießen. Aufholen noch mal ein bisschen. Alter, die Venus. Zerstört. Nächster. Zack. Nächster. Zack. Nächster. Oh, hier ist schon Land. Oh, guck mal, Land. Schön. Gucke mal, Schwein. Schön aufs Wetter gucken, statt hier zu kämpfen. Oh, wir haben ihn abgeschossen. Gas geben. So, den machen wir fertig. Schwein. Du musst zielen. Schwein. Ziele. Okay. Uh, uh, hochziehen. Schon cool, wenn man so rausguckt. Oh, Druckabfall im Kabindach. Uh, uh, das gibt's ein Rückwärtssalto. Ich krieg keinen Sauerstoff. Hä? Sauerstoff. Wo bin ich denn hier? So. Da haben wir doch jetzt hier mal. Den sollen wir zerstören. Guck mal, warum können wir den nicht jetzt schon anvisieren? Habe ihn. Zerstört. Ab zum nächsten. Die Höhe beibehalten. Schwein, wir müssen dir die Höhe beibehalten. Can't down, can't down. Anvisiert. Feuer. Boom. Zerstört. Da ist noch ein Boot. Habe ich. Zerstört. Hier genau. Unter uns. Ich mache hier einen auf Schraube. So. Können wir jetzt hier zwei am Visier? Den daneben direkt auch. Den daneben direkt auch. Den da hinten auch direkt. Verfehlt. Uh. Den haben wir verfehlt. Wir werden abgeschossen. Zielen. 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 Ja, man kann auch so zerstören. Uh. Habe ich da was berührt? Ich hoffe nicht. Einmal für die Fans noch mal. Uh. Das wird knapp. Ja. Easy. Den Salto gemacht. Wer fehlt schon wieder? Erzähl mir nix. So. Was passiert, wenn ich mit dem Gasroller gehe? Dann drehe ich mich eigentlich langsamer. Lande ich gleich. Da ist mein Ziel. So. Feuer frei. Ah, das feindliche Flugzeug hier. Okay, das. Das kriegen wir. Das kriegen wir. Ah, scheiß auf Tracking. Ich mach das so. Fliegt er jetzt hinterher. Das ist Alarm mit Tracking. Du, dann kommst du mir nicht. Lass mich kommen. Wo will er hin? Hochziehen. Hochziehen. Uh, shit. Hoch den Vogel. Da hinten ist er. Vielleicht doch Tracking. Keiner schaffen wir auch so, oder? Nein, nix Tracking. Oh, shit. Aber ich hab ihn getroffen. Treffer. System sagt Treffer. Egal. Wir schießen ihn jetzt mit der Rakete. Piu. Fuckst du. Wir haben alles gemacht. Ab nach Hause, Leute. Oh, da fehlt noch was. Oh, nein. Nein. Da kam das Wasser immer näher. Oh, Mann. So ein... So ein doof. So ein doof Ding. Scheiße. Einmal ein bisschen rumgeblödelt. Direkt abgestürzt. Da sind noch so viele Knöpfe hier drin. Wir müssen ja auch direkt hier mit anvisieren, ne? Und dann verlieren wir auch automatisch an Höhe. So, ich mach das jetzt wie so ein Profi. Wie so ein Profi mach ich das jetzt. Ich hab schon wieder keine Höhe. Abdrehen, abdrehen. Aber in den Fenster könnte ich jetzt mitmachen. Ich bin so gut. So, ich frag mich jetzt, wenn ich ihn nicht anvisiere. Anvisiert er? Ja. Siehst du, dann bräuch ich meine Höhe ja gar nicht verlieren. Dann bräuch ich meine Höhe ja gar nicht verlieren. Kann ich auf der Höhe hier bleiben? Bei tausend Meter, bei tausend Fuß. Dann ist das wirklich nur für Maschinengewehr halt. Gib doch mal Gummi da. Gummi, Junge, ist der weit weg. Ich kann ja auch andere Ziele entnehmen, ne? Äh. Extra Punkte. Ja. Den darf ich halt nicht antwecken. Warum auch immer. Da oben ist mein Ziel. Ich soll immer nur bestimmte Ziele. Ziele machen. Haha, den Rest hab ich. Euer Schütte euch seine Leiche durch. Schmackhaft. Nur ein Treffer. Und zerstört. Und abdrehen. Ob es ja auch so einen Online-Modus gibt's wahrscheinlich, oder? Kann ich nicht auch einfach so automatisch zielen? Einfach so zum Beispiel? Ja, dann schießt's doch einfach er wohl, ne? Und abdrehen. Und abdrehen. Und abdrehen. Kann ich nicht die Ziele machen, die ich will? Was mache ich hier? Abbremsen. Hart abbremsen. Wenden. Wenden. Flugzeug beschädigt. Leck mich am Arsch. Jetzt treff doch. So nämlich. Visier doch auf dem mal an. Und der Koppel braucht Hilfe. Ja, 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 ja. Da habe ich es gemacht. Der letzte. Oh shit, ich muss hochziehen. Holy. War das schon wieder knapp. Nur weil ich aus dem Fernseher gucke. Aber dadurch habe ich erkannt, dass ich Probleme habe. Ziel zerstört ab nach Hause, Leute. Ja, wo kommen denn die Ziele auf einmal her? Nur ein Treffer? Denken wir da euch. Nur ein Treffer? Hm. Gut dann. Was ist denn da überhaupt? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Haha. Das war schon wieder ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Ah, losgeflogen. Ja, für dich. Boom. Oh, jetzt kommen ja uns richtig viele entgegen. Richtig viele entgegen. Richtig auch. Oh. Ja, habe ich ihn aber gemacht. Jetzt flinke ich hier im Kreis. Raketenwarnung. Raketenwarnung. Muss ich dann schnell weg oder was? Wo ist er denn? Oh, was mache ich bei so einer Raketenwarnung? Täuschkörper abwerfen eigentlich, ne? Oh, wir haben ihn versenkt. Warnung. Habe ich Täuschkörper? Habe ich gar nicht, ne? Oh shit. Er hat mich nicht getroffen. Ich bin einfach ein guter Pilot. Er will abhauen. Hintman 1. Fockst du, Fockst du. Fockst du, Fockst du. Ist er tot? Ja. Na komm, erzähl mir nix. Hey, wir treffen hier. Mallow, flieg doch nicht weg. Und Gas geben. Und abgeschossen. Und versenkt. Ich sehe doch gleich schon, dass ich schon wieder sterbe hier. Er fliegt hoch. Er versucht, einen zu entkommen. Da ist die nächste. Ja, schon wieder nicht getroffen. Jutta. Jawoll. So nämlich. So nämlich. Treffer nur. Sind wir das jetzt optionale Ziele oder was? Puh. Der Leuchtturm ist weg. Ah, wir sollen die ganze Insel jetzt zerstören oder was? Ja, der Baum war ein Weg. Sollen wir ja nicht die ganze Insel zerstören? Hochziehen den Vogel! Schön abbremsen. Ach, scheiß drauf. Nee, das Rack, jeder. Alter, so eine so eine Mission geht aber ewig und drei Tage lang. Schön von da angucken. Mission abgeschossen. Oh, mir ist das so rot. Es brennt. Es brennt alles. Und jetzt fliegen wir in den Sonnenuntergang. Easy, easy. Easy. Easy, easy, sagt er. Wo soll ich denn jetzt hinfliegen? Oh, da kommen wir uns gleich entgegen. Von hier kann man die brennende Insel sehr gut beobachten. Ein bisschen hochziehen den Vogel, dass wir nicht gleich wieder sinken. Also so ist gerade halten, ne? So ist gerade. Jetzt vernehmen wir auch keine Höhe, ne? Ich hab ein bisschen was gemacht. 7.800 Punkte. Oder Auszahlung. Geld, Gold, wie auch immer. Oh, ich werd mir gleich erst mal wieder ne Pizza reinhauen und nebenbei noch was frittieren. Nein. Dringe in die karkatische Gebiet ein und stelle Kontakt mit ner Unabhängigkeit. Okay, go. Go, 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 go. Ich war da hier nur ein bisschen rumfliegen. So, jetzt nehmen wir mal nen anderen, ne? Also der ist ja... Der ist ja gut für Luftboden anscheinend. Luftboden, Flugabwehr, Luftboden, Luftboden und mehr Zweck. Und der scheint ja auch mega... Wir nehmen den... Ach, kaufen müssen wir den. Was kostet der denn? 6.800. Wir haben 7.800. Aber der scheint ja auch besser zu sein. Der teurer... Der teurer ist. Also der ist halt in der Beschleunigung halt besser, ne? Wir kaufen den. Zack. Luftraketen. Ah, warte mal. Für Flugabwehr... Hier, sonst Luftboden. Können wir jetzt zum Beispiel die hier nehmen, oder? Ne. Was mach ich hier? Ah, ich muss mir einen aussuchen. Okay, also. Entweder als Spezialwaffe. Können wir ja zum Beispiel den Mehrzweck nehmen. Als zweites... Dreifachsalben. Weiß ich nicht. Und das. Und Teuschkörper. Egal. Einfach starten. Ui, kein Wasser. Wenn ich jetzt nicht streamen würde, dann könnte ich die Qualität richtig hochballern. Oh, ich habe ja doch so eine Sicht. Okay, diese Runde machen wir mal diese Sicht. Ah, und wir haben ja doch Teuschraketen. Und man sollte auch mal alle Knöpfe ausprobieren, ne? Guck mal, hier mit meinem Wedelschwanz hier. Wedel, wedel. Bevor ich wieder ganz wegkratze. Hä, du schläfst die ganze Zeit schon. Schnack mal nicht. Not an? Guck mal nicht. Wir sind ja ein Weiß es nicht so 미끄�isch. Pugh. Target on the nose. Kigging! Get! Get! Target on the nose. Not offensive. Monarch, you've got a good lock. Ja, Mann. Oh, getroffen. Treffer, jetzt, komm, schießen. Schießen ab. Ja. Egal, noch eine Rakete. Oh, Raketenwarnung. Täuschkörper. Täuschkörper ist raus. Oh, hä. Rakete fliegt. Treffer. Shit. Oh, doch, zerstört. Ah, Mann. Komm, Rakete. Noch eine. Er zieht hoch den Vogel. Rein da. Doppelrakete. Da klebst du auch nicht. Abgetroffen. Doppelrakete. Wahnsinn, ey. Was der. Doppelrakete. Alter, ist das ein Boss hier, oder was? Jetzt hoch. Oh. Täuschkörper sind abgefeuert. Oh, yeah. Das gibt's auch nicht. Also mit meiner Maschinengewehr treffe ich ihn einfach gar nicht. Aber jetzt kann ich wenigstens endlich Teutschraketen abpfeffern. Jawohl, jetzt hast du erhört. Jetzt umkreisen wir ihn. Komm, ich komm ihm entgegen. Oh, der stört. Aber nur seit Jetbegin. Hä? Du hast auch vorher schon die ganze Zeit geschlafen. Schnack doch nicht. Wie kann ich denn treffen, genau? Jetzt fliegt doch mal rein da in die Butze. In meine Kugel. So viel CO2, was hier versprüht wird. Okay, den haben wir zerstört. Huch, da geht er daneben. Ich hatte keine Teutschraketen mehr. Ah, okay. Treffer und zerstört. Er flog er mir entgegen. Wie verkehren haben wir denn noch? Wo stehen denn meine... Oh, ich habe ihn einmal getroffen. Jawohl. Wo stehen meine Raketen? Ah, 140 Raketen noch. Und wie viele davon noch? Teutschraketen? Uh. Der hat aber schlecht gezielt. Jetzt rein! Lass mich dich doch mal treffen mit meinem Maschinengewehr. So habe ich das denn? Drecksding. Egal. Warum soll ich die Raketen treffen? Fax 2, Fax 2! Fax 2! Fax 2! Es gibt es noch nicht. Ja, er ist doch schon tot. Leute, dreht doch nicht so am Rad. So, da hinten haben wir Ziele jetzt. Das war ja jetzt nur... Oh, shit! Okay, das war ein Mission. Jetzt gucken wir uns mal den anderen Modus noch an. Scheiße. Ich habe durch die Wolken habe ich nichts gesehen und dann... Oh, Mann, oh! So, Eroberung. Konquest wird deine Dingsengedöns. Diese Notiz wird nur einmal angezeigt. Okay, die Konquest wird deine Fähigkeiten aus einer unverbindlichen Welle von Feinden testen. Tun sie ihr Bestes, um zu überleben. Kann Spoiler aus der Kampagne enthalten. Okay, Neu-Spiel. Normal. Alert. Normal. Glas geschützt. Hier kann ich einfach alles aktivieren, oder? Okay, was darfst du? Füge Feinden mehr Schaden zu. Aber wir kriegen auch fünffach Schaden. Okay, sowas brauchen wir nicht. Können wir uns alle... Ah, ne, das sind krasse Punkte. Darf wir zum ersten Mal spielen? Haben wir natürlich auch noch keine Punkte. Wenn man genau Punkte hat, kann man sich neue freischalten. Ah. Sind wir, Erober? Wir haben... Hä? Anti-Air-Division. Start der Mission. Oh, die sind alle hinter mir. Einmal wenden den Vogel. Aber da sind ja meine Ziele. One of Facts Two. One of Facts Two. One of Facts Two. Das gibt's noch nicht. Ah. Dieses eine Ding. Das ist immer das, was wir brauchen. Diesen anderen Kreis. Der zeigt uns an, ob wir treffen oder nicht. Guck, dieses ist links. Das ist große. Der zeigt uns an, wo unsere Schüsse eigentlich landen. Wenn wir denn nah genug dran sind. Im Moment brauche ich nicht schießen. Jetzt. Komm mal, ich stehe fast. Ich sehe schon wieder nichts. Ich sehe schon wieder nichts. Da müssen wir Das bringt ja nix, der ist ja hinter am Berg, ne? Oder auch nicht Und den ganzen Nebel gedöhnt, sieht man ja auch einfach nix Höh! Hohoho! Oh shit Du siehst auch einfach nix Aber okay, das war ähm Projekt Wingman Ja, hatte ich ja das für das Mal, hat also ein bisschen Spaß gebracht Aber auf Dauer wäre das jetzt kein Spiel für mich Wir haben jetzt 1200 Punkte gekriegt Viel Glück beim nächsten Mal Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, das war's Von diesem Spiel, ein kleines angehoppelt Tschüss, auf Wiedersehen, mach's gut Fünf Sie sind die Klage, der es das war's Best2 Hier ist die Klage, die Klage, in der Kamera Die Klage, die Klage, die Klage, die Klage, je leidert Beide von Thich, die Klage, die Klage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017